Und ein dritter wichtiger Punkt ist, dass jedes Kind in Wien einen geeigneten Kindergartenplatz findet, egal welche Bildungsaufgabe oder welche entwicklungsförderliche Maßnahmen dieses Kind brauchen würde. Das ist das große Thema der Inklusion, das ist auch Bildungsgerechtigkeit, das wirklich, ich bitte uns noch einmal, jedes Kind den Platz findet in einer Stadt, das es für seine Entwicklung braucht. Vielen Dank.